Happy Birthday Fifek Kurma, Happy Birthday Shita Shita, Happy Birthday Birma Ram Bevazi, Happy Birthday Abdus Sata, Happy Birthday Dagmar Agnes Rotmüller Ante und ich spiele heute mit der Free Fire Max in BR Ranking, ich probiere, wo ist denn das? Da, meinen dritten Stern zu kriegen, viel Spaß Okay, es geht los Battle Royale, Battle in Style Es wird Spannung Warte mal, das schaffe ich, das schaffe ich, warte mal, lass mal schauen, wie es ist Da ist es auf Einkaufen Vielleicht schaffe ich das ja auch nicht Es wird 2000 Einkaufen geben 3 Minuten Zeitung Ich bin noch in der Luft Hey Ich hab ein bisschen Reis abspringen bei sechs Minuten Ich hab das sogar Reis Ich hab ein bisschen Reis abspringen bei sechs Minuten Das war so gut, das war so gut, ja. Naja, dann laufe ich da gleich mal schnell hoch. Oh, die Zone ist auch gleich vorbei. Wann geht die Kleine? Eine Minute habe ich Zeit, okay. Ich brauche nur vier große Haufen Gold eins an mir. Bislang sehe ich noch keinen Haufen Gold. Ah, und ich habe mit dem hier, das ist ja mein neuer Charakter. Habe ich heute irgendwie Geschenke gekriegt. Eine Quest habe ich mit denen. Drei Leute mit der Maschinenpistole töten. Und Granaten benutzen, da ist einer. Geldhaufen. Ah, da ist jetzt noch einer. Bist du ein kleiner? Das kann ich sagen, ich bin noch nicht so weit. Gibt mir noch eine Minute. Nämlich. Hm. Hasst noch einen Haufen? Ach, da ist noch ein Haufen. Ganz schnell einkaufen. Da ist sogar noch ein Haufen. Gute Preuß war nicht, aber egal. Ups, da. Oh, da ist auch noch ein Haufen. Ich brauche eine MP. Oh, da ist eine MP. Was habe ich jetzt? SKS, ok. Ah, 4 Sekunden noch. Scheiße. Ok, der erste Daumen mit Maschinenpistole. Fest habe ich leider verkackt. Hätte ich lieber oben eingekauft. Mist, das ist ärgerlich. Das ist sowas von ärgerlich. Was ist das? 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 Das ist das? Was ist das? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 da versteckt sich dahinter eine Minute noch für die Quest um den Einer um zu killen den roten Kranzkreis wollte ich gerade sagen na letzten Sekunden schaffe ich das noch noch geschafft die Physikum waren noch drauf ich weiß es nicht die 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 jetzt habe ich gerade das gesehen ich mag das zu wer ist Oh! Oh! Lauf doch weiter! Warum bist du da stehen geblieben? Nein! Buh! Grrrr! Killing Spree! Also ich war 12 da. Schau uns doch mal das Ende hier an. Der hat gerade am Ende meine Maus wieder gemacht, was er möchte. Ärgerlich sowas. Ich hoffe es gibt keine Punktabzüge. Scheiße machen. Schleißer machen. Killing Spree! 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 nicht schlecht. 34 kills und ich muss noch 3 granaten, das ist ja auch noch ein nütz. Da hab ich nicht lusten. Mein Kontaktstern ist da. Juhu. Die erste möchte ich den vierten haben, aber das schaff ich heute nicht mehr. Aber wir geben unser Bestes. Bis gleich. Okay, dann gleich mal was weiter. Ist wieder eine Quest? Bestimmt, oder? Oder auch nicht. Spielen runter. Das ist aber so ein Hafe-Mutterfall. So, also noch drei Granaten benutzen. Kein Gewehr hier oben? Keine Pistolen? Ist aber schlecht. Okay, eine Schrotflinte. Willigstens etwas. Keine Pistolen? 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 TRIPLE KILL Ich habe gar keine Munition mehr QUADRA KILL Hm, wir wechseln erstmal das Gnade, da habe ich keine Munition Gnade Dominating Unstoppable! Bremmer Richtung dem Fallschirm, Richtung der Kiste. Dann muss ich noch 3 Granaten werfen. Schauen wir mal, Granaten habe ich noch nicht. Bremmer Richtung dem Fallschirm, Richtung der Kiste. Warte mal, Mütze und Scharfschützengewehr. Okay, ist noch besser. So, jetzt habe ich einmal mein Maschinengewehr. Und? Ein Sniper. Na ja, Sniper. Das ist ein Sniper. Oh, der Sniper ist nicht so gut. Deswegen sagte ich auch so einen, na ja, Sniper. Die SKS ist natürlich besser. Das ist ein Sniper. Um, ich zeige mich! Keine Bremse. Keine Bremse. Die Kiste. Die Kiste. Dieousel? Die Kiste. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich So, schon mal falsch geprüft. Und wer hatte... Scar. Ich möchte halt bei einem Sniper bleiben. Das war eigentlich bei einem besseren Sniper. Ich sehe ihn nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, ich schaffe ihn nicht mehr. Ein Schiff. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ja, die muss. Ich weiß nicht, die... Killing Spree! ja was ich gerade am ende hier los war mit den 1000 kisten aber ich habe gewollt immerhin gut dann schauen wir uns 26 kills so viel habe ich noch nie gehabt mein neuer rekord 26 kills gut dann sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen ich würde mich freuen wenn da auch nichts mehr dabei seid bis dann ich habe euch viel spaß und auf Wiedersehen tschüss